Mein Name ist Christoph Singer, ich bin wohnhaft in Pfein. Ich bin seit etwa 20 Jahren Fan von HC Thurgau. Der HC Thurgau, das ist der Klub für mich in Thurgau. Es ist der Thurgauer Klub und treibt auch den Namen. Und ich denke, das Schönste ist eigentlich, wenn man in den Hallen ist und das wirklich auch miterleben kann mit den Fans. Wir haben einen sensationellen Fanclub, der auch an die Auswärtsspiele geht. Und das macht es natürlich aus. Gute Gespräche, gute Leute kennenlernen und sich immer wieder freuen auf eine Saison, wenn sie anfängt. Man sagt eigentlich immer, das letzte Spiel zu gewinnen. Dann hat man wirklich das erreicht, wo man will. Und das wünsche ich mir für den HC Thurgau. Irgendwann mal wirklich eine Saison erleben, wo man sagen kann, es ist wirklich von A bis Z wirklich gut gelaufen. Mit allen Höhen und Tiefen. Am Schluss einmal in einem Endspiel stehen, damit man sagen, jawohl, wir stehen wirklich im Finale der Swiss League. Ob wir es dann gewinnen oder nicht. Aber einfach diese Emotionen in einer vollen Güte. Das wäre mal irgendwo der Wunsch, den ich hätte an den Club. Oder an mich, an uns Zuschauer, an uns Fans, an uns Sponsoren, um das mal erleben mit dem Club.